Schindler-Telsen! Wo bin ich jetzt eigentlich gekommen? Äh? Bin ich nur hier runtergekommen, um die Gegner zu besiegen oder wie? Hm. Ist ja jetzt nicht ganz so geil. Die Stadt war mit Leben. Selbst an dieser Nachthund. Vielleicht haben die Stadt etwas Interessantes zu sharen. Oh, der Stranger! Hey! Du bist nicht von rundherum, kann ich sagen. Die meisten Leute leben rundherum. Sie wollen nur ihre Arbeit machen. Honest, hart gearbeitet Leute, du weißt? Nein, nein, doch kann ich persönlich nicht. Alle Stadt haben ihren schwarzen Schäden und roten Ecken. Natürlich metaphorisch gesprochen. Doch vielleicht mehr so in diesen Tagen, als Jahre und Jahre vor. Damals war das ein Ort der Magie. Und die Leute waren auch Magie. Ja. 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 Okay. Da ist der Geschichte. Sean und Ned Pentacle. Akuna 5 Drupolis. Wie sieht das denn so aus wie in so einer Nebenquest? Im ersten Sinn. Machen wir das zweite oder 3er. Ich mache viele Pans. Mist, boll! Ich gehst dein Leben! So flibber! Bange ich so zum Teichbleh! Wok! Was? Ich hab vor! So! Geh so! Woh! 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 Te! Woh! Geh so! Das ist toll! Wo ist der eins von Sie? Wo ist der einbeschla strangest du bitte! Woh! Ja, hoido mir jeder... Ich finde democr infrastructure nur, tech alle Wir haben die Königin gespürt. Das war's für heute. Ja, paranoide Leute. In den Königsfamilien hat man ja schon zu genügen mit dem Baron. Der Baron ist dem Grafen und dem Herzog. So, und wo ist dieser Sean? Der Visionär. Ich liebe den Erzähler. Okay, erzähl mir etwas über Interessantes. Oke, erzähl mir alles? Ja, meine Tanzanbraten. Der Sieg được dann? Dann hast du nicht ganz viele Bewerbs Mari? Mo-Parte-Panke Fantastable Stortable Ho-M-N-E Hier de Boi-E E-Stay King-Hem Stuck-Ergwee Er-N-O-D-E-S-A-B-O E-K-Ko-Hinde E-Vo-I-K Hier de Boi-E E-Don-T-Farbe O-I-B-E-D-Anke Ste-Fo-Panke R-E-S-A-C-B-E-I E-Za-D-Bo-L-E-N-E E-Za-E-N-E E-Za-E-N-E E-Za-E-E E-M-O-I-M-E E-Za-E-N-E 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 Das war's für heute. Ich werde die Königin aufhalten, wenn ich auf der Suche nach Verbitterung bist, wirst du sie aufwinden. Ich werde die Königin. Ich werde die Königin. Kartenmacherstraße unter Ebene, Schreien des Visionärs, das sakrale Studio. Ich wollte eigentlich... Ja, ja, komm, gucken wir jetzt mal nach, was hat denn... So, noch nicht, wie du überall zu seinem Zeit sein kannst, handeln wir einfach mal nie. Äh, ich will aber das alles... Na, okay, da will ich nicht reden. Gut, 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 gut. So. Äh... So. Das ist auch immer wieder praktisch. Ab 99 kann ich mir nichts mehr leisten. Okay. Jedoch kann ich meinen Kartendeck noch mal kurz umarbeiten. Wer braucht das schon? Oder ein Gesundheitselexi, wenn es Superlexi gibt. Verschießt... Verschießt... Ah, das ist dasselbe wie... Die hier bloß, dass die Explosion und keine Säurepfeile verschießt. Äh... Aufgeladen. Okay, das ist eigentlich ganz praktisch. Das war das mit der Wüppelschneider. Zu einem Zwischenentfaden, der jetzt durchschneidet, der sich immer zu dem Weg schickt. Und immer zwei, der jetzt nur Spaß. Das dauert... Drei Sekunden. Zu einem Zwischenentfaden, der alles durchschneidet. Und... Das ist jetzt aber früher oder nicht. So. Kann da nicht auch irgendwas mit dem Sperr vom Ring... Viererlinze, genau. So. Moment. So. Gucken wir nochmal. Das Zellfluch ist ganz praktisch. Viererlins wollte ich ausprobieren. Die Meister 10 auf jeden Fall. Diese Blase ist das Superlexi. Das Schwert ist vonnöten. Den Faden wollte ich mal ausprobieren und dich wollte ich mal ausprobieren. Der dicke Fisch. Die Dreierbomben. Hammer... Bogen... Bogen... Finden jetzt die Zweig... Kristalle geben. Da. So. Wunderlexi ist zweimal drin. Gucke ich mal kurz. So. Superlexi ist zweimal drin. Die Meisterziehung zweimal drin. Zweier Hammer. Das normale Schwert habe ich drin. Drei Schwert. Okay. Dann brauche ich noch den normalen Bogen. Damit ich ja. Das könnte reichen. hier gehen. Probiere ich jetzt mal so. Kann ich mir keine Ahnung. Okay. Was habe ich auf der Hand? Nichts was ich mal ausprobieren kann. So. 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 Die Schulter wurde zutzt. Und... drauf. So. What habe ich auf der Hand? Und was war für dich? Eine 5. Okay. Äh... Kristallfluch so Schwert und das Ding und du gehst drauf das war schön oben lang war der Geist und hier ist der Visionär ok ich bin der Visionär du erkennst meinen Namen aber ich hab sie schon mal gesehen Zeit ist nie so linear du hast es mir einmal gesagt in einem langen Vergangenheit ich habe dich seit einem sehr langen Zeit und wusste, dass du hier zu mir kommen hier ist das alles schon ziemlich unnichlich zu vielleicht der flotter der blieb ich ich glaube er du nicht die 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 Messer ab entonces die nie uck fach selbst waren wir an Teil etwas Karte imaginable Together we cared for this part of random this five tropolis Until the queen banned all dice and with them the unleashing of creativity now we are bound to do the queen's bidding With your dice you have the power to defeat the queen and set things right The rules that have strangled random for years must be erased and true randomness must return but The future moves Changes you are a crisis even and an opportunity for both sides I cannot see clearly through the rug weave, but I can tell you this in order to defeat the queen You need a very special card Find the other card makers free them and we will unite to make you a card that will shake the foundations of six topia We will make for you your dream card Follow my vision to the second of the card makers, the painter And take this it might come in handy Okay This is uh... Are you sure you don't need this? A visionary does not need mere eyes to see more Now go, I have interfered enough Right What would you believe? One day I am Bad Ge vì Die einfach den Erzähler angesprochen hat, also das Ding finde ich schon lustig. Okay. Achso, nein, ich würde nicht mit dir reden. Willst du sehen? Okay. Wenn man einen Fischkopf, dann kann ich nicht abschießen. Aber jetzt gleich. Jetzt. Hey. So geht's. Und gleich direkt schon wieder in Kampf. Dann liegt der Begrüßung. So. Oh, volles Blatt, das ist sehr schön. Ne 6. Okay. Einmal hoch zu einer Nacht, was mir ein wenig bringt. Und jetzt habe ich mal die Lanze auszuprobieren. Auf. Flicks, 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 flicks. Flicks, flicks, flicks. Und jetzt. So. 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 Ich hätte gerne den dicken Fisch ausprobiert, aber du erscheint mir doch ein bisschen sinnvoller. So. 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 auch auf die Peyner. Ich liebe den Explosionswürfe. Äh checkvarisch. Tatsächlich ist er ein bisschen schwer daseyle. Deshalb werden wir abgesichert und deswegen bevorzuge ich auch noch den kleinen mit rein zu nehmen. Ebene 1 ist das akrarische Lilium 2. Die heilige Kleber. Laufkleberei war richtig. Okay, das heißt Sakrale Studio und Kleberei. Ich bin beschäftigt. Der Visionär hat mich geschickt. Ich suche noch einmal eine Traumkarte. Ich werde die Königin aufhalten. Ich werde sie retten. Ich werde die Königin nicht gewinnen lassen. Du bist anders. Oh, du bist speziell. Und wenn du einfach rüberkommst, kannst du das alles fixieren. Ich habe sogar geholfen. Du weißt, was passiert? Du verlierst. Du verlierst. Und ich bin hier noch immer geholfen. Er hat mich geholfen, um zu schlauere Inventions für die Königin. Im Gegensatz zu den magischen Karten, die ich liebte. Alles, was verändert, ist, dass du etwas schneller wirst, als sonst. Und mein Herz brach ein bisschen mehr. Und ich bin zufrieden davon. Also nein, ich bin nicht zu helfen. Jetzt, wenn du bitte... Scram! Komm schon, weißt du, wie wir finden es selbst raus. Ich werde nicht aufgeben und weißt du auch nicht. Wir werden das schon selbst rausfinden. Du, 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 du. Dice? Oh, mein Herr, wie habt ihr das? Das, das, das verändert alles. A moment, Flo. nicht perfekt nach für was mir painting your dream card least I could do child frankly it was a joy to paint something other than a dreadful robot for once oh there'll be had to pay once the queen finds out Aber du wirst dich hier erreichen, bevor das passiert, nicht wahr? Ah, schön. Dein Traumkarte ist jetzt auf dem Glüter. Er ist nächstes in der Linie. Ein alte Freund und ein Karte-Maker. Vielleicht das wichtigste von allen. Ist es noch etwas, was du möchtest, Liebe? Ich glaube, meine Fragen habe ich nicht. Erzählen Sie mir etwas über die Kartenmacher. Sie haben wirklich meine Traumkarte gemalt. Was heißt, wer kann das meine Traumkarte alles? Kommen Sie mit, schließen Sie sich die Kartenmacher an. So, erzählen Sie mir mal. Da sind fünf von uns. Wir haben eine uniege Rolle in Kartenmacher. Es beginnt mit einem Visionärer, den du kennst. Welche strahlenden Gäste sehen können, die Dinge zu anderen sehen. Dann kommt es zu Meid, der schildert das Bild, imbüht es mit der ersten Magie, über die alles andere gebaut wird. Der Glüter affichst die Karte auf die Backung. Ein wichtiges Job. Der Alchemist gibt die Karte eine Sparke von Leben und Magie. Und letztendlich, der Regierungsmeister legt, was die Karte kann tun, und wie es kontrolliert wird. Sie wissen, die schuldige, aber praktische Dinge. Er und ich nicht viel sprechen. Sie haben wirklich meine Traumkarte gemalt? Ich habe das gemacht. Und es war eine Freude, Liebe. Danke. Du hast mich erinnern, wie es mich fühlt zu sein. Ich habe mich nicht wie ich, seit langem gefühlt. Ich denke, ich werde diese Gefühl haben. Wenn du failst, wird die Karte bereits von meinem Kopf kommen. Also, ich könnte auch die Zeit, die ich geblieben habe. Was kann das mit Hoheit und Lachen machen? Kommen Sie mit, schließen Sie sich mal an. Ich bin nur ein Schilder, Liebe. Ich mache mein bestes Arbeit mit einem Kanzel und einem Blut. Und du hast bereits mein bestes Arbeit in Jahren bekommen. Aber ich werde dich treffen, wenn du mich am meisten brauchen. Und ich werde ein paar Finishing-Touchen an deinen Traumkarten geben. Na gut, dann habe ich keine Fragen mehr. Die fünf Schritte einer Karte zu machen. Okay. Wo bin ich halt gekommen? Von hier. Das heißt, ich muss hier hoch. Ne, komm mal, da bin ich gekommen. Gott, warum sieht denn die alles so gleich aus? Gehen wir mal das set. Der Schilder hat alles getan, was sie konnte. Und jetzt ist Yvonne sogar auf den Blut. Wer, und ich werde hier auf eine Lippe gehen, könnte sich selbst in einer knackigen Situation sein. So. Hier hinten gibt es noch mal ein paar Münzen. Einige noch mal ein bisschen die Sache. Yvonne gefunden hat sich selbst, immer näher zu dem dunklen Herz des fünf Troubles. Woher der Schilder war, war er... Hey, hey! Ich kann uns noch mal erzählen. Hey, hey, hey! Willst du mich... Nein! 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 Yvonne! Anyone? Nein! Ich weiß nicht, was dann passiert ist, aber es ist schon geil. Einfach der Erzähler, der wird gerade gekidnappt oder so. Ich weiß nicht, Dicey. Ich fühle mich plötzlich einfach... weirklich alleine. In einer Weise, die ich nicht erklären kann. Wenn das Sinn macht. Wir sind gut. Wir sind gut. Ich bin glücklich, dass ich dich habe. Ich fühle mich, dass jemand einfach über mein Graf gegangen ist. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Dicey. Die Königin hat einfach den Platz eingenommen. Die Heilige Kleberei, Ebene 2. Das sind gerade Studio. Okay. Weiter geht's. Jetzt bist du nicht bei dir. Ich weiß nicht, was es ist, Dicey. Ich fühle mich aber einfach zufrieden. Frau, 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 Frau. Ich fühle mich auch wirklich an, Frau, 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 Frau. der zahnrad fahrt ok und ein bisschen geld hinten aus bevor ich da x drücke nö das heißt hier muss ich entweder rüber oder runter springen aber ich hole jetzt ein paar kärtchen noch so gibt es hier noch so schön praktisches das sind jetzt die letzten karten die art geht das ist cool so passt schon 74 damit kann ich immer noch nicht Ich hab keine Engel gehört auf mich. Ich fühl mich verarscht und wenn ich jetzt hier einspringe, dann beginnt ein Kampf. Auf geht's! Ich hab keine Engel gehört auf mich.